Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Himmelgeist. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 630 Euro pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Auf Wiedersehen.